Kauf und Aktivierung eines Gutscheins für Sunlight. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen den Prozess des Kaufs und der Aktivierung von Gutscheinen für den Sunlight Shop. Sunlight ist eine der führenden Juwelierketten in Russland, die Ihnen eine breite Auswahl von Schmuckwaren aus Edelmetallen und Steinen anbietet. Das Sortiment umfasst exquisiten Schmuck für Damen und Herren, darunter Ringe, Ohrringe, Anhänger, Armbänder sowie Uhren und Accessoires, führender internationaler und heimischer Hersteller. Schritt 1. Kauf das Sun Shopping Vouchers Pack im Ultima Store. Gehen Sie zu global.ultimastore.com und melden Sie sich an, indem Sie auf Sign-In klicken. Suchen Sie das Sun Shopping Vouchers Pack in der Liste der verfügbaren Gutscheine und klicken Sie auf Buy Now, jetzt kaufen. Füllen Sie im sich öffnenden Fenster alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Use this address, diese Adresse verwenden. Wählen Sie als nächstes die Zahlungsmethode Cashback Points aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Place Order, Bestellung aufgeben. Es öffnet sich das Fenster des Zahlungssystems SmartPay. Klicken Sie auf Yeah, I want that. Ja, das will ich, um die Zahlung zu bestätigen. Fertig. Sie haben den Artikel bezahlt. Auf dem Bildschirm sehen Sie dann eine entsprechende Meldung darüber. Um zum Ultima Store zurückzukehren, klicken Sie auf Continue Shopping. Einkauf fortsetzen. Wählen Sie nun oben rechts My Account aus. Klicken Sie im linken Menü auf My Orders. Meine Bestellungen. Wählen Sie auf der sich öffnenden Bestellseite den Abschnitt Completed – Erfolgreich abgeschlossene Bestellungen aus. Hier sehen Sie alle gekauften Gutscheine. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um die Details Ihres Gutscheins anzuzeigen. Sie sehen die Art des gekauften Gutscheins, das Datum Ihrer Bestellung, die Anzahl und den Wert. Klicken Sie auf die Schaltfläche My Vouchers – Meine Gutscheine, um zur Liste der Gutscheine zu gelangen, mit denen Sie auf der Sunlight-Website bezahlen können. Es öffnet sich eine Gutscheinliste. Erweitern Sie diese, indem Sie auf den Pfeil links klicken. Um einen Aktivierungscode zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Get Voucher – Gutschein erhalten. Danach erscheint der Gutscheincode auf dem Bildschirm in der Spalte Vouchercode – Gutscheincode. Kopieren Sie ihn. Sie können den Gutschein auch im PDF-Format herunterladen, indem Sie in der Spalte Action – auf das Kopiersymbol klicken. Der nächste Gutschein wird in 30 Tagen verfügbar sein. Schritt 2 – Aktivierung des Gutscheins auf der Website von Sunlight Melden Sie sich auf der Sunlight-Website an. Gehen Sie zu Ihrem Profil. Wählen Sie im linken Menü den Abschnitt Zertifikate – Gutscheine. Geben Sie die Nummer ein, die Sie im Ultima-Store erhalten haben, und den Bestätigungscode, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Proverit – Prüfen. Wenn Sie den richtigen Code eingegeben haben, werden die Geldmittel Ihrem Guthaben gutgeschrieben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einkaufen.